Danke, dass du am Early Access for the Bus teilnimmst. Das Spiel befindet sich immer noch in der Alpha-Version. Bitte sei dir bewusst, dass das Spiel noch nicht final fertiggestellt ist. Daher gilt, es werden limitierte Inhalte und Features angeboten. Das Spiel kann zum Teil ernste Performance-Probleme haben. Es kann häufig abstürzen oder nicht starten. Du kannst deine Save-Games und deinen Fortschritt verlieren. Das Spiel wird regelmäßige Updates erhalten, die das Spielerlebnis verändern können. Es wird Bugs geben. Viele Bugs. Ernsthaft? Es werden wirklich viele, 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 viele Bugs im Spiel sein. Sollte dir etwas auffallen, hilf uns bitte, indem du die Probleme bei Steam oder direkt in unserem Entwicklerforum auf tmlstudios.de slash forum reportest. Sollte dir dieses Spiel gefallen, unterstützt diese Entwickler im Kauf dieses Games. Wenn du mit den obenstehenden einverstanden bist, wahre bitte fort und unterstütze uns dabei, ein großartiges Spielerlebnis zu entwickeln. Genauso kannst du diesen Kanal mit einem Like-Abonnement oder einem Dislike unterstützen. Ich freue mich sehr und wünsche jetzt eine angenehme Fahrt. In diesem Sinne heiße ich euch heute herzlich willkommen, denn es ist etwas Grandioses passiert. Ich habe durch Zufall gesehen, dass jetzt dieses Game hier rauskommt. Das hat die Berliner Zeitung auf Instagram gepostet und ich bin ja für sowas echt völlig zu haben, habe gefunden, den Simulator der Bus. Das soll ein Simulator sein. Jetzt wisst ihr auch, warum ich jetzt mal so meine innerste Berliner Schnauze auspacke. Das ist ein Spiel, in dem ich euch jetzt durch meine Homebase mitnehme. Homebase, weil ich bin hier geboren, ich werde hier sterben und wenn ich nicht mit Corona spiele, dann versuche ich auch ein bisschen in dieser Krise statt zu leben. Ja, und ihr hattet ja, als Teenager habe ich mir das Berliner abgewöhnt, weil ich fand das so ein bisschen assi an mir. Ich hatte da so richtig Berliner eine Freundin und fand das irgendwie, fand ich das geil und ich weiß auch nicht. Und dann irgendwann kam ich auf so eine ETPT-Schule in Seelendorf und da haben sie dich alle komisch angekriegt, wenn du so ihr redet hast und da habe ich mir gedacht, oh, das tut dein Not nicht gut tun. Nimmst du mal die Sprache ein bisschen weg und schiebst den Stock in den Arsch und redest ein bisschen Hochdeutsch. Aber heute ist jetzt das Format für mich und meine innere Berliner Seele rin gekommen und ich dachte mir, das müssen wir uns zusammen angucken. Also wie ihr sagt, habt ihr gehört, ist im Early Access. Ich wünsche euch trotzdem eine gute Fahrt, wie das bei uns bei der BVG heißt, weil ich dich lieben tue. Ich hoffe, wir haben alle viel Spaß und werden ordentlich was sehen. Und zwar, da muss ich gleich jetzt, das Spiel hat ja gesagt, es gibt paar Bugs, muss ich gleich jetzt mal aufklären. TXL, das ist eigentliche Buslinie zum Flughafen Tegel. Jetzt muss ich euch alle enttäuschen, den Flughafen gibt es ja nicht mehr. Nachdem ich jetzt den BER in große Eröffnung, man hat das ewig, wahrscheinlich habt ihr als Entwickler auch nicht mehr gedacht, dass das Ding irgendwann mal zum Leben erweckt wird. Das war wie so Scheidtot aus dem Koba auf erweckt. Gut, jetzt ist er da, aber jetzt weiß ich nicht, ob es die Buslinie TXL noch gibt. Ist völlig egal, das Spiel ist da, den Bus gibt es im Spiel. Ich wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß. So, also ich höre noch keine Musik. Ich bin gespannt auf die Musikkarte. Berlin Standard, wer jetzt die Frage? Ist da Potzer mit bei? Äh, Potzer, was drehe ich mit Potzer? Ich meine natürlich Spandau. Siehst du, Spandau ist so ein Bezirk für uns. No Hate, Un Head of Blood. Das ist so ein bisschen wie so ein, wie, so wie Brandenburg. Das ist irgendwas Neues. So, Fahrzeugs. Kenne ich mich nicht aus. Werden wir vielleicht noch laden. Steuerung, Linie, Tour, Wetter, Dynamisch. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Uh, ist das hübsch. Ja, das, liebe Leute, kennt ihr vielleicht schon den Instagram-Post. Ist da, Berliner Potsdamer Platz. Das ist auch hier hinten. Äh, das ist das Sony Center. Ja, ich kann euch ein bisschen was erzählen. Ja, so Reichstag oder Reichstagskuppel. Was das für ein Haus ist? Oh, das wäre ich gar nicht. Oh, ich höre das Wetter. Scheiße. Geil. Berlin, wie was lieben. Wenn ich jetzt der Bus war, wartet ihr alle auf mich? Also, ich probiere das Ganze jetzt mal hier mit dem Controller zu starten. Ich gucke mich erst mal warum. Warum ist denn das so kack? Ah, ha, so. Liebe Entwickler. Ich weiß, das ruiniert euch jetzt das ganze Spiel, was ich euch sagen muss, aber das Ding gibt es nicht mehr. Das ist abgestöpselt von der Umwelt. Ich weiß nicht, was jetzt damit passieren soll, aber das gibt es nicht mehr. Das ist kaputt. Kaputt gemacht. Wir haben jetzt nur noch einen Flughafen, was für so einen riesen Stadt wie Berlin eigentlich tragisch ist. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich weiß ja nicht. Also, Chef hat mich noch nicht angepiept. Ich glaube, ich lasse die Leute da jetzt erst mal stehen. Ist halt so. Bei der BVG haben wir ja gelernt, fünf Minuten ist bei der Bahn so die Zeit. Ich laufe jetzt einfach hier mal rüber und gucke mich. Oh mein Gott. Muss ich jetzt alle kennzeichnen mit Werbung? Doritos. Kriegt ihr dafür Geld? Also, another level. Jetzt mal, jetzt mal hier. Ah, Realtalk. Oh, die Polizei. Aber das ist auch. Oh mein Gott. Wo habt ihr denn die ganzen Details her? Mein Gott. Das liebe ich ja. Ich muss mich ernsthaft konzentrieren hier auf die Sprache. Ah, Freunde. Das mag ich ja. Jetzt würde mich ja interessieren, Leute, seid ihr aus Berlin? Kennt ihr BVG da? Wie kommt man denn auf so eine krass geile Idee? Ich liebe ja Simulatoren. Soweit ist es. Ah, das ist ein Mercedes-Benz. Da darf man nicht Gipfmarkenrechte machen, weil ich einen komischen Stern. Ah, ist es wie Peugeot? Also, no hate. Ah, was ist das? Ich habe einen Verdacht. Ich spreche es mal nicht aus, weil ich mich nicht ganz als blöde Blondine outen will. Gar nicht hier hoch in den Flughafen. Guck mal, wie groß bin ich denn? Ich bin fast so groß wie die Tür. Ah, ich liebe das. Proportionen in solchen Spielen. Oh. Kann ich die auch in die Hand nehmen? Oder glänzen die nur? Die glänzen nur. Gut. Lass mal für den Flaschensammler. Aha, aha, aha. So. Das ist so ein bisschen. Der Laden hier ist so ein bisschen zweidimensional. Ah, ich sehe mich laufen. Ich habe einen Schatten. Okay, ich bin männlich. Gut. Wir brauchen nur noch einen Arm für uns. Oh my goodness. Aber das ist schon... Also... Also ist Kackwetter hier in Berlin. Kann ich hier runterlaufen? Ja, hör doch auf. Ich kann hier runterlaufen. Spreebräu. Ich weiß nicht, ob es doziert ist, aber es sieht so ein bisschen aus wie das Auto-Kennzeichen. Alkoholfrei. Bin ich gut? Habt da an die jungen Leute gedacht. Tender und soft. New Collection for your beauty. Krass. Habt ihr euch richtig Werbung ausgedacht? Fastbrause Zitrone. Sauer macht lustig, haben sie gesagt. Und die Blätter kommen durch das Ding durch. Leb gesund. Leb vegan. Erdbeeren. 92 Euro pro Kilo. Ach, das ist geil. Fastbrause Orange. Ja, Methymian. Kommt drauf klar. Ja, das ist der Berliner Humor. Das ist unsere Schnauze. Wir sind auch sehr gerne für alle Leute, die uns Berliner nicht so ganz verstehen. Wir meckern sehr gerne. Das habt ihr vielleicht an meinem Instagram-Kanal auch schon irgendwie so ein bisschen mitgenommen. Und wir haben so eine... Bin ich jetzt gegen irgendwas gerannt? Oder gegen jemanden? Oder gegen Schild? Ja, und wir haben halt so eine so eine... Ja, lebt damit! Mentalität. Lumpenwäsche. Hahaha. Made my day. Lumpenwäsche. Hahaha. Hahaha. Gibt's die wirklich? Moment. Das googelt jetzt mal. Lumpenwäsche. Hahaha. Das wechselt ja! Mac King. B-Litzer. Aber bei B-Litzer gibt's eigentlich kein Brot, sondern Spal. Moment, ich weiß nicht. Lumpenwäsche. Hahaha. Hahaha. Sie ist noch in dem Bus hier stehen. Bleibt vom... Kiek in Kloppenberg. Hahaha. Kiek. Alleine für die Werbung feiere ich euch, Freunde. Lumpenwäsche. Die... Sag wir. W-w-w-w. Wie ist die Internetseite? Ne. Fäzenfäsche? 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 Fäz. Gut. Wie ist das hier viel zu schnell? Wir sollen das so schnell sehen? Ich möchte jetzt noch mal hier die lumpen... Lumpenwäsche... Lumpenwäsche... Lumpenwäsche? Werbung sehen? So sie's. Bei uns in Berlin. Mimimi50Z... Hahaha. Also die Werbung finde ich ja eins. Also ich will jetzt auch nicht zu lange davor stehen. Ich will ja nicht alles Fetzen-Fashion finde ich aber genauso geil. Oder auch Fetzen-Fashion. Ich wäsche hier jetzt Lumpen. Verdammt. Habe ich jetzt die Werbe-Banner irgendwie aktiviert? Gibt es nicht mehr. Lumpen-Fashion ist jetzt out. Hallo? Tja. Aber Freunde, was soll ich sagen? Genauso sieht es aus. Können wir auch ein Taxi fahren? Nö. Aber oh mein Gott, guck mal an, wie gut das aussieht. Guck dir an, wie gut das aussieht. Also ich probiere das mal zu googeln. Oder ihr könnt ja selber mal googeln, ob es das gibt. Oder nicht. Muss ich jetzt konstant Hashtag-Werbung oder sowas? Kann ich auch rennen? Nee, kann ich nicht. Ich weiß ja nicht, was ich alles kann. Mietwagencenter. Cars. Rentalcenter. Eigentlich wollte ich ja, ich weiß ja nicht, was ich wollte. Ich laufe mal hier jetzt ein bisschen im Flughafen lang, gehen wir in den Bus schweigen. Ich habe ja keinen Arbeitsplan, weißt du? Tja. Und irgendwo in Berlin steht immer irgendwie ein Fahrrad rum. Das ist Berlin. Jetzt würde mich mal interessieren, kann ich theoretisch eigentlich alle zu Fuß machen? Ich weiß ja, ja, das ist ein Bussimulator. Aber für mich kannst du auch mal so einen Städteerkundungssimulator erfinden. Montenero. Wenn wir uns ein Auto klauen. Hier können wir hinter das Haus. Guck mal, hinterm Haus. Das wäre ja spannend. Theoretisch müsste man das jetzt mal alles ablaufen. Aber das Problem ist jetzt ja nicht mehr so. Ich glaube, ich laufe falsch. Kann ich springen? Ja, ich kann springen. Ich könnte jetzt so richtig hier... Da will ich aber kommen. Wir laufen jetzt nicht zu weit weg. Pass auf. Ich habe eine Idee. Wenn wir aussteigen können, könnte man ja theoretisch auch mal zwischendurch irgendwie so an so Touri-Hotspots. Na, so eine Runde. Ah! Die gibt dazu, glaube ich, auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die am Flughafen noch so aussehen. Weil eigentlich, da kommen wir jetzt. Ich zeige euch jetzt das nächste Highlight für diejenigen, die nicht aus Berlin kommen. Das nächste große Werbewunder bei uns ist die BSA. Normalerweise so. So sehen sie aus. Unsere kleinen, kleinen Mülltonnen. Und normalerweise ist das so, dass da immer so fancy Sprüche draufstehen, um die Kundschaft zum Benutzen dieser Müll-Alber zu aktivieren. Das sind so neben BVG, weil ich dich liebe, so die mit der kreativsten Werbeabteilung. Könnt ihr ja gerne euch mal auf Social Media angucken, was die so verbrechen. Das könnt ihr da vielleicht mit einem Update für Beta-Version oder so hier noch so fancy Sprüche drauf. Weil das ist in Berlin ja tatsächlich sehr, 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 sehr präsent. Ich merke gerade, ich habe nur eine Kamera an. Und oben nur eh Licht. Ich hoffe, das ist okay. So, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal unseren Job zu machen. Ich weiß ja nicht mehr... Ach, ich musste nach oben, ha? Ich finde meinen Einsatzort nicht mehr, aber kann ich nicht einfach in einen anderen Bus starten? Wobei, es hieß ja, steige in den TXL. Naja, fällt er heute mal aus. Ah, Fezen-Fashion. Fezen-Fashion.com Das... Ne, ich wollte ja... Lumpen... Ich gebe dir das mal ein. Lumpen-Fashion. Ah, er sieht das. Das hört sich so ähnlich an. Das nennt sich Lumpen-Punkt-Agency. Das ist auch ein... Ich weiß ja nicht, was das ist. Komm, du hier sicher. Vielleicht ist das eine Model-Agentur? Okay, ich weiß ich nicht. Schwätzen, Lumpen, Fassbrause. Ich habe Bock auf shoppen. Okay, hier unten wollte ich eigentlich ja nicht... Vielleicht wollte ich so lang. Ja doch. Wir können mal hier zum Doritos. Nee, kann man nicht. Ist wie immer und überall im Zaun im Weg. Gut. Dann, sorry. Jetzt habe ich schon ewig lange hier rumgeguckt. Bei diesem Kackwetter scheinen wir jetzt richtig geil durchnässt in unser Bus ein. Ist unser erster Arbeitstag. Haben wir halt nicht gefunden. Können wir so sagen. Sorry, habe ich nicht gefunden. Ja, das sind so unsere Telefonzellen. Und auf jeder Telefonzelle findest du auf, was du irgendwie ein Take. Das stimmt. Doritos. Jetzt würde mich mal interessieren, ist das... Habt ihr da einen Werbevertrag mit... Geil. Jetzt habe ich Bock auf Doritos. Hm. Moment. Moment, Moment, Moment. Klappt es? Ja. Läuft. Ach, hört auf. Ich fahr Rolltreppe in einem Spiel. Ich brech zusammen. Na? Hallo? Möchtest du sehen? Also, ah, da ist der Bus. Bus kommt doch. So, ich möchte ja die Leute hier jetzt nicht verunsichern. Aber ich möchte so gerne hier rennen. Aber gut, kann man nicht abgedicket. Na, Lady? Reisen ist momentan nicht erlaubt. Ja doch, ist schon erlaubt. Aber sollte man eher nicht. Na, kauft euch alle bloß ein Ticket. Ich will hier keine Schwarzfahrer sehen. Was ist das für eine Handbewegung? Ist, äh, Beschwörungs-Verschwörungs-Gese. Sie besch... Gibt mir... Was ist denn... Hallo? Ja. Galt das jetzt mir? Ich bin der Busfahrer. Auch wenn ich vielleicht gerade nicht so aussehe. Gut. Okay, also, mein Bus. Ich weiß ja nicht, was ich machen muss. Fronttür öffnen. Ah, steigen Sie schon mal rein? Es kackt weiter. Wir gucken uns das Teil jetzt erstmal von außen an. Oh mein Gott, Leute. Es ist aber richtig detailliert. Also, Freunde. So sieht einer der Busse in Berlin aus. Das ist so ein typischer Schlenker. Die hängt da vermutlich aus verschiedenen verschiedenen Städten. Und bei uns sind sie alle gelb. Weil BVG ist so, was die steht auf gelb. So. Und das Symbole passt das auch. Da hast du überall so Baby-Berlin-Logo drauf. Das passt auch. Dann hast du hier aber Berliner Bär und den Wappen drauf. Das passt so. Ich weiß nicht, was das grüne ist. Wahrscheinlich hier so die Park-Area. Das gibt es in der Realität nicht. Ich finde den Regen ja auch sehr, sehr geil gemacht. Und ich... Oh mein Gott. Richtige Kennzeichen. So, merkt euch das Kennzeichen. Da müsst ihr die Anzeigen hinrichten. Weil das wird vermutlich Tote heute geben. Ich weiß nicht, ob die Leute hier schon eingestiegen sind. Kann ich das auch öffnen? Kann ich das mit irgendeiner Taste öffnen? Ach, heute Hof. Ich dachte immer, ich muss dazu drin sitzen. So los, Freunde. Ich mach euch mal alle Türen auf. Wie ordentlich seid ihr denn? Also ihr seid keine Berliner. Sieht man, dass ihr von irgendwo anders hergekommen seid. Weil alle Berliner, so wie die Tür auf, jede Rammelserin. Oh, wollen wir uns erst mal in meinem Bus... Eigentlich möchte ich da Licht machen. Hinsetzen, aufstehen. Ich finde es ja sehr dunkel. Gibt es hier irgendwie Licht? Es ist sehr hell. Äh, es ist der Dunkel. Okay, gut. Also, drücke ich mal das X. Jetzt sitze ich in meinem Bus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Abfahrt. Die Zahl. So, wir gucken mal jetzt in der Zukunft. Heute ist der 1.06.2021. In dieser Zukunft wird das passieren, Freunde. Da sitze ich jetzt in meinem Bus und hab keine Ahnung, was ich tun soll. Hier kann ich abkassieren. Das ist also mein Sitz. Jetzt kann ich mir das erste Mal richtig in Ruhe hier den Sitz von so einem BVG-Fahrer angucken. Obwohl ich sehe, ich hab keine Beine. Physisch bin ich eigentlich gar nicht vorhanden. Das ist ein Geist, der im Bus fährt. Okay. Was ist das? Also, ich sehe 1000 Knöpfe. Oh mein Gott. Muss ich die jetzt alle bedienen oder ist das ein Simulator, der relativ einfach gehalten ist? Ich hab doch noch nicht mal einen Führerschein. Ich wüsste noch nicht meine Realität bei einem normalen Auto, wo da jetzt irgendwie Jaspedal oder was da zu bedienen ist. Und dann kommst du hier mit 1000 Knöpfe an. Zünden, starten. Gut. Also, so eine limitierte Hilfestellung hab ich noch. Kann ich nicht nochmal aufstehen. Okay. Start the board computer. Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Ich bin ja jetzt schon überfordert. Start the board computer and enter the tour number. Womit start ich denn das? Was hab ich jetzt gemacht? Ah, gut. Ich kann irgendwie NPR. Ah, das sind die Kameras. Ich hab ne Rückfahrkamera. Das ist toll. Lass ich mal, weil sonst piept das. Wie starte ich denn den board computer? Kann mir mal... Kann mir irgendjemand helfen? Ich weiß nicht, wie ich den starte. Ich hab jetzt mal meine Maus hier zur Hilfe gerufen. Äh, start the board computer. Womit denn? Ui, ich hab ne Karte gefunden. So, dein sind wahr. Also, aber das ist jetzt nicht die komplette Berlin-Karte, oder? Mausrad. Hinein und raus zoomen. Gut, würde ich mal sagen. Wat? Mehr Berlin gibt das nicht? Was ist denn das für die Berliner Karte? Also, no front, but... Irgendwie sieht das... Von der Anordnung der Bezirke so ein bisschen... Äh... Oje... Also, hier durch Mitte kam er durch. Aber kommt da Mitte direkt Panko dran? Äh, wo ist denn Neukölln? Irgendwo hier unten, oder? Und Steglitz, das ist doch nicht mit drauf. Na gut, okay. Also, es ist eine reduzierte Karte. Wie komm ich denn da jetzt wieder raus? Was hab ich hier? Oh, Pause! Kann man gleich Pause machen. Also, vielleicht sollte ich mal gucken... Das Gameplay? Oh, I need help. Was brauchen wir? Was ist? Zeige Routen-Info. Zeige Routen-Info. Oh, das ist meine Routen-Info. Also, Flughafen Tegl nach Alexanderplatz. Da, an soll die Reise gehen. Ich weiß noch nicht, ob wir da jeweils ankommen werden. Buchholzweg-Beuselstraße. Turmstraße. Ach, Turmstraße ist... Oh, ich überlege. Hauptbahnhof. Hauptbahnhof ist schön. Da können wir vielleicht mal aussteigen. Da bin ich auch sonst gerne. Charité. Hab ich mal gearbeitet. Ist ein echt schöner Campus. Bin ich sehr gespannt drauf. Marshallbrücke. Also, es sind so Brandenburger Tor. Ist so eine typische, typische Touri-Linie. Ist zwar nicht... Also, als typische Linie würdest du Buslinie 100er. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal hier seid und keine Stadtrundfahrt irgendwie bezahlen, beordern wollt mit Buslinie 100. Habt da so ganz viele Strecken drauf. Kriegt da alles mit. Staatsoper Spandauer. Spandauer, siehste. Da sind wir jetzt Spandau. Aber Spandauer Straße ist nicht Spandau. Weil, siehst du ja, Alex. Beim Hartstraße. Okay. Gut. Haben wir das geklärt. Was ist das? Öffne Karte. Ja, das haben wir schon geöffnet. Wie schließe ich jetzt die Karte? So, ähm, Moment. Ich war noch im Menü. Was ist das? Radio. Flash. Guck mal, wie cool. Dein altes Smartphone hier sieht noch aus wie neu. Brauchst du das noch? Könnte ich wirklich gut bei ebay.de verkaufen? Ebay, Ebay, Ebay. Meinmal glaube ich wirklich, dass du nur für Ebay ihr bist. Hä? Ich kaufe uns beiden noch davon was Schönes. Ist das Werbung? Kaufe, was du brauchst. Verkaufe ganz entspannt, was du nicht mehr brauchst. Kaufen, Verkaufe... Ist das richtige Werbung? Aber das war doch richtige Ebay-Werbung, oder? Ach, ich sehe schon, das Video ist so Werbung und freundlich. Das kommt gar nicht erst bis zum Upload. Also, Radio. Können wir uns vielleicht über den Bus zurücksetzen? Was ist? Sitz. Sitz und... Ach, ja, siehst du. Habe ich jetzt den Bus eingestellt? Ah, egal. So, ergonomisch. Können wir uns jetzt mal hinsetzen. So, für die ganz kleinen... Nee, ich lasse das mal so. Komm, wir uns auch ein Stück vor. Dann ein Stück... Ich lasse das tatsächlich wirklich mal so. Hier kommen wir jetzt in den Neigungswinkel. Oh, gut zu wissen. Das ist der Sichtwinkel. Ja, ich lasse das alles mal so. Wie war denn das? War denn das so? Ich glaube. Jetzt habe ich mir so ein hessisches Radio angestellt. Können wir nochmal gucken, was wird noch für Radiosender? Wie schalte ich denn das um? Doppelbass FM. Gibt's nicht. Kaputt. Gibt kein Radio. Ist das richtiges Radio? Das wäre ja krank. Okay, gut. Äh, brauche ich nicht. Also, wir haben zwei Radiosender. Das ist ja phänomenal, was das ist. Maus-Kontroll-Modus. Ich weiß nicht, was der macht. Nur lenken. Speichern. Und das ist irgendwas anderes. Okay, gut. Äh. Okay, gut. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, wie ich... Also, startet Board Computer and enter the number. Ich weiß nicht, wie ich den starten soll. So, meine Tastenübersicht wäre jetzt phänomenal. Ich glaube, ich habe einen Blinker gefunden. Bin ich jetzt ausgestiegen? So, Flucht. Flucht. Ganz am Anfang gleiche Flucht. Okay, pass auf. Ich sehe nicht mehr. Es ist mir einfach zu dunkel in meinem Bus. Ich brauche... Ich brauche einfach Licht. Gut. Ich werde mal gucken, ob ich so etwas wie eine Steuerung finde. Und wenn nicht, sonst müssen wir hier selber gucken, wie wir den Computer ankligen. Das Mal ver 바� ist mir wahrscheinlich nicht mehr so gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017